hallo und herzlich willkommen in der neuen folge ls20 auf der landkreis frastag so wir starten den schwung kommen wieder die keule Ich glaube schon, der fährt an ihm. So, die Leer. So, das ist gut. So, gucken wir mal so die Runde, so prima, da haben wir Fenster bereits. Gucken wir mal, was gerade hinkommt. So, das sieht gut aus. Tudeli. Aber wir ziehen hier weiter durch, bis zum bitteren Ende. So, das ist richtig geil, jetzt muss ich auch ein bisschen korrigieren. Ich dachte, es passt, aber ein bisschen verschätzt. So, mal gucken, wenn Mission Complete kommt. Weil viel ist es ja nicht mehr, was wir machen müssen. Dann bezieht nur noch das Dreieck. So, da haben wir das Ding, also wieder fertig. So, da haben wir das Ding. Arkt her für die Nase. Ich hasse die Zähne, meine Nase. Das halte sie mindestens. Oh Mann. Wir haben wirklich fast das Dreieck draus gemacht. Im nächsten Mal haben wir es dann zum Dreieck gefunselt. So, ich stehe mal so rum. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, gleich im Oben. 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 So, ganz ehrlich sagen, das wünsche ich niemanden. Das Ding war echt heftig. Ich bin eigentlich einer der Menschen, die Schmerz relativ gut wegstecken können. So, gleich im Oben. So, gleich im Oben. So, gleich im Oben. So. So. Let's go. So ist schon ein Donnerstag. Oh, lohnt uns das abgeschlossen. Das ist was wir lesen wollten. So, das heißt für uns. Zack hier rein und einmal abschließen. So, jetzt gehen wir aber kurz zum Hof. Der Speicher ist wichtig und richtig. Katsch. Macht wieder Knickknack. So, hier können wir hier suchen. Wolle. Und sitzen hier aus mit der Wolle. So. Ich sag mal woanders, wie Schafen geht, oder? Wo war das doch? Hier. 500 alt, 100% 60 Tiere. Jetzt gehen wir mal hier unten. Irgendwo hier ist das Wohnhaus. Genau. Suchen. So. Jetzt gehen wir hier mal gucken. Was haben wir denn hier schon so an Milch? Produzieren die keine Milch? Wir sind halt jetzt 100%. Fehlt irgendwas? Hm. Jetzt ist mal keine Milch. Da gibt's nur irgendwo rein. Dann können wir hier rüber. 6 bis 37 Grad, 3,7 Grad, also 7,3 Grad, da werden wir schon lange sauer. So, was mache ich denn jetzt noch? Was Neues anfangen lohnt ja nie wirklich. Allgemein was Neues anfangen lohnt ohne wirklich. Weil morgen käme die letzte Folge. Ich glaube ich lasse die mögliche Folge ausfallen. Ich verabschiede mich jetzt schon mit diesem Projekt vom LS22. Weil das nächste was dann kommt an dieser Stelle ist der LS25. Moment, das wäre, dass ich nicht das falsch erzähle, Kalender. Folge erscheint am 14. Also am 15. kommt dann schon auf dem Sendeplatz irgendeine Karte vom LS25. Welcher sein wird weiß ich nicht. Aber ich lasse mir da irgendwas einfallen. Irgendeine Karte werden wir schon hinkriegen. Und dann würde ich sagen, ne lange schnacken, Kopf in Nacken und ne lange schnacken, sag ich, wenn es euch gefallen hat, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und der langen Folgen dieses Projektes. Ich verabschiede mich, tschau tschau, sagt euer Jaso. Bis zum nächsten Mal.